Reach Country! Wow, das ist ein kleiner Sound! Ich muss mich kurz dazwischen kretschen, damit den Leuten auch klar ist, warum diese geniale Band überhaupt heute spielt. Heute ist nämlich der 33. Mokko-Tag. Da tun wir Gelder einsammeln für die Forschung von Mokko bis die Dose, aber auch für viele andere Sachen, zum Beispiel eine halbe Artstelle. Das heißt, wem die Musik gefällt, der darf gerne sich ein bisschen erleichtern auch hier in meinem Kasten also Geld reinschmeißen. Das wäre toll. Und ich danke es Ihnen mit einem Lecker und wahrscheinlich geht es jetzt aber weiter. Weiter mit Reach Country! Ja, und mit dem Samu von Luke Fry. mit dem Samu Das war es so gut. Das war es so gut. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020